Wie man mit den Silikonstempel tolle Karten gestaltet, das zeige ich euch heute mit die Party of Animals. Ich nehme dazu jetzt das Motiv meiner Wahl, gebe es auf dem Acrylblog drauf, stempel es ins Inkpad ab, ich habe da jetzt schwarz genommen und drücke es vorsichtig auf den Designkarton. Anschließend den Stempel reinigen geht er mit Feuchttüchern. Ich bereite mir immer ganz viel vor, damit ich wenn ich eine Karte gestarten will, gleich einmal ganz viel vorbereitet habe und so nicht mehr alles abstempeln muss. Mit dem Schneidebrett schneide ich mir da jetzt vier Motive zurecht mit 4,5 x 4,5 cm. Bereite mir dann mit der Aqua XXL und dem Wassertankpinsel die Motive vor und die ausgeschnittene Motive verziehe ich noch mit Spritzer von der Aqua XXL. Dazu nehme ich einfach die Mahlpalette. Mit dem Rubbelkohl klebe ich jetzt meine gefertigten Ecke auf und mit dem Conicol mit den Klebepunkten verziehe ich die Karte noch. So habe ich gleich einen tollen 3D-Effekt. Viel Spaß beim Nachmachen!